Der Kalte Krieg. In den 60er Jahren erreichte er einen seiner Höhepunkte. In einem solchen Klima mussten Forderungen nach Sozialismus für Unruhe sorgen. Und genau das war gewollt. Die Zeit war reif für frische Luft und viele, viele Worte. Heute Mittwoch, 10 Uhr, vormittags im Streikzentrum der Universität. Kommilitonen, es ist jetzt die Zeit, dass wir uns mit der Streikbewegung der Arbeiter insofern solidarisieren, dass wir sie direkt unterstützen. Kommilitonen, sammelt euch hier. Wir brauchen noch einige Autos, um unsere Firma Rockwell zu fahren. Zur Protestkultur der Studenten gehörten auch die Happenies, wie hier in der Münchner Kunstakademie. Selten muss politischer Protest mehr Spaß gemacht haben als gegen Ende der 60er. Untertitelung des ZDF für funk, 2017